wie kann man dir deinen arbeitstag versüßen also ich freue mich am meisten darüber wenn man mir einen kaffee mitbringt oder b eis was ist deine aufgabe hier am fcd ich bin hivine bei ccm und ja wir schneiden eigentlich videos ist manchmal auch veranstaltungen filmen dort oder machen fotos oder drehen so coole mitarbeiterinterviews wie gerade eins von mir gedreht wird urgestein oder newcomer ich bin noch ganz frisch hier eigentlich ich habe erst im mai angefangen wie oft bist du schon im karo hemd gekommen ich weiß nicht ob meine bluse meine weit geschnittene als karo hemd durchgeht aber sie ist weiß und sie hat so graue graus karo muster also wenn dann einmal inwiefern senkst du den altersschnitt am fzi vielleicht ein bisschen aber ich glaube gar nicht mal so arg weil hier rennen ja doch sehr viele hivis rum die bestimmt alle so jung und blühend sind wie ich wie wirst du ans fzi gekommen ich habe von meinem mitbewohner vom fzi gehört der hier auch hier wie ist der war ganz begeistert und dann dachte ich ach ja ich schaue es mir auch mal an was ist das fzi für dich drei worte ich glaube ich würde sagen innovativ innovativ und innovativ juhu ich hab's geschafft